Ja, und da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Dead Space. In der vorigen Folge sind wir hierher gelatscht. Ja, wir wissen's ja, ne? Typen kam von da unten runter gesprungen. Ach, nee, ey. Äh, na lecker. Wir müssen hier in den Bank. Ich will jetzt schon nicht mehr. Ja, gerade wie der Typ da drin oder so erotisch da liegt. Nein, Spaß. Ähm. Ziemlich ruhig. Ich glaube, ich gehe hier wieder raus. Und tschüss. Ähm. Ich will hier gar nicht sein. Und will mich hier auch nicht ziemlich lange aufhalten. Na, super. Na, komm. Lauf hier entlang, fetter. Wait, das ist... Ui, war da schnell da. Scheiße. WTF? Was? Der krabbelt immer noch. Junge, so viel Munition habe ich doch gar nicht dabei. Ihr wechselt mal. Boah, scheiße. Boah. Boah. Boah, scheiße Boah Boah Ehm Was Die kleinen regen gerade mal total eben auf Was, nein Das wird mir eben Zu viel Bäm Alter, komm, wir rennen einfach nur noch Renn Äh Du schon wieder Nein Mich kriegst du nicht Er wollte mich eigentlich jetzt richtig verarschen Oder natzen oder so Ich hab hiermit keine Munition mehr Boah Boah Endlich mal Ruhe wieder hier Nee, ey Was Was Danke Ich quäle mir hier einen ab, ja Gut, dass da jetzt überall Munition rumliegt Ich glaube, ich werde auch Drei, äh Zwei Waffen weglegen Dass wir für die anderen Waffen Mehr Munition bekommen So Gott, ey Mal eben gerade hier wieder alles auffüllen Ach ja Die ganze Munition verkaufe ich dann noch Brauen wir Ah Wie gesagt Ich hab ne So Ähm Was verkaufe ich denn Ähm Ich verkaufe mal Genau So Keine Ahnung was das ist Ähm Ich hol mir auf jeden Fall Munition Was sollten wir uns noch holen Munition, oder? Ein kleines Medi-Pack noch Und das Davon dann noch einmal Und das passt dann Ich glaube, dann haben wir erst mal genug Munition Textlog Äh Äh Zu viele Begriffe Ähm Das waren wahrscheinlich Schlafräume hier Also hier Möchtest du auch nicht schlafen Sicherlich nicht Mh da geht's jetzt auch wieder Was Ja ja komm Hier können wir schon wieder speichern Wir sind gerade mal bei sieben Minuten Ich befürchte Wir müssen da lang Warum ruckelt das hier so Ich geh mal speichern Es wollte gerade wieder anfangen zu ruckeln Toten bei Ankunft Okay Wir zocken mit Ähm Übrigens der Weise auf Mittel Nicht auf leicht Weil leicht irgendwie zu leicht war Ist Okay Warum können wir da jetzt Hallo So Den mach ich mal Nur aus Prinzip Etwas kleiner So Geben wir mal weiter Ich will den Danke Nur mal um alles abzuklappern Wegen Munition und so ein Kram Weil ich befürchte Wir müssen Und wo ist der hingerannt Ich geh mal speichern Jetzt nochmal Gerade weil wir so viele Munition für unsere Waffe gefunden haben Für unsere Haupt Geh ich gerade mal nochmal abspeichern Ähm Da war die Speicherstation So Geh ich nochmal speichern Tut mir auch leid Ich nehm hier gerade wieder Mitten in der Nacht auf Wie scheiße Ich muss rendern Und dann in der Nacht aufstehen Um den Partner noch hochzuladen Dass er den dann Am 20sten Nein Nicht am Nicht den Den anderen Am 20sten Sehntut Und der ist dann Ja 22 ist glaube ich Ein Sonntag Ich bin mir nicht sicher So und dann gehen wir jetzt mal rein In die Zum unteren Maschinenraum Okay Alles klar Da haben wir nochmal Für unsere Waffe Sehr schön Da haben wir nochmal Für Flammenwerfer Ich tu mal gerade Alles nachladen Sauber Und ich hör schon Schreie Ich glaub die Folge Wird in Überlänge Es tut mir leid Was Bitte Bass Bass bitte was ich bin lebensmüde BWAHOWOWOWOWOWOWOWOWOWolo Nein, nein, ah Scheiße, ich verbrenne, ich verbrenne, ich verbrenne, ich verbrenne Alter Das... Ich glaube, ich lasse mich hier mal Es tut mir leid Ist auf jeden Fall besser, als zerstückelt zu werden Muss man mal sagen Ja, und da sind wir auch wieder Ja, wieder neu im Start Ich glaube, ich habe es verstanden, wie es funktionieren sollte Und dann fahren wir mal hoch Dem diese Dinger, diese Dinger Alles klar Ach, den kann man nach vorne Ach, 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 ach... Okay. Mann, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Sieht man auch so schlecht. Nein, aua, heiß, 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 heiß. Böses Feuer. Ey, nein. Und da wahrscheinlich ist es genauso. Ähm, hallo? Ich bleib mir... Naja, ich komm da noch nicht dran. Genau so. Ich konzentriere mich gerade hier ein bisschen, deswegen ist es auch gerade ein bisschen... Ruhiger. Tut mir leid. Was, ich wollte gerade sagen, ey. Nein, nicht so weit. Oh, gut. Hallo. Achso, jetzt auf einmal, ne? Das sollte ich nehmen, aber ich hab hier hinten gesehen, dass da noch ein Raum ist. Raum mit sehr vielen Kisten, finde ich immer wunderbar. Und der geht hier weiter. Ach ja. Ich glaube, das ist unser Fluchtweg. Glauben, wissen, tun, weiß ich nicht. Ähm. Ja, dann... Klündern wir mal die... Ist da... Da muss doch irgendwas Besonderes geben. Sonst könnten wir doch hier nicht hin. Nö, hier gibt's anscheinend nichts Besonderes. Und damit ist auch wieder die Folge um und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. hand